Die fortgesetzten Angriffe Russlands haben in den letzten Tagen in Kharkiv zwei Verletzte und Dutzende in Brand gesetzte Häuser hinterlassen. Laut den ukrainischen Luftstreitkräften hat Russland auch zwei Luftabwehrraketen abgefeuert, die auf Kharkiv abzielten. Der Gouverneur der Region, Ole Sinehubov, erklärte, dass die Ziele Wohngebiete und die Infrastruktur von Kharkiv waren. Auf in sozialen Medien veröffentlichten Bildern sind Häuser zu sehen, die von Flammen umhüllt sind, und unter den Verletzten befindet sich auch ein elfjähriges Kind. Trotz Beweisen und Zeugenaussagen bestreitet Moskau, dass die Ziele seiner Angriffe zivile Ziele sind. Seit Russland im Februar 2022 die totale Invasion der Ukraine gestartet hat, hat der Westen mit einer Serie von Sanktionen reagiert, während er der Ukraine mit Waffenlieferungen hilft.